In meinem letzten Video von Freitagabend habe ich ein Problem gefunden oder bin auf ein Problem gestossen, das ich nicht sofort lösen konnte. Ich möchte deshalb den Gedankengang von Freitagabend noch einmal wiederholen, weil das hat mit dem heutigen Thema zu tun und ich gehe dann auch auf dieses Problem ein. Also lässt man eine Leiterschleife im homogenen Magnetfeld rotieren, wird eine Spannung induziert und zwar kann man angeben, wie groß, nämlich Fläche mal Magnetfeldstärke mal Omega Sinus Omega T. Diese induzierte Spannung entsteht durch ein induziertes E-Feld in diese Richtung und dieses E-Feld führt dann zu Ladungstrennung, das heisst es sammelt sich hier positive Ladung an und da fehlt dann entsprechend Ladung. Und wir haben dann ein direkt messbares E-Feld oder eben eine Spannung dazwischen U und zwar mit diesem Wert hier. Jetzt lassen wir einen Strom durchfließen, das heisst wir drücken jetzt einen Strom durch und zwar fließt dieser Strom von außen gesehen den Berg hinunter. Intern hat das nichts mehr mit einem Berg zu tun, das habe ich auch schon gezeigt. Das heisst von außen fließt der Strom über eine Spannung runter, das ist wie ein Widerstand, das heisst wir haben hier eine Energiefreisetzung. Die freigesetzte elektrische Energie, also die Leistung, das ist die Energie pro Zeit, ist einfach U mal I und wenn wir für U diesen Term einsetzen, bekommen wir diesen Ausdruck. Also die Leistung, also die Leistung ist proportional zu Omega, aber auch proportional zu I oder zur Stärke des Magnetfeldes. Das ist also eine Energiezufuhr. Nun ein stromdurchflossener Leiter erleidet ein Drehmoment im Magnetfeld und das Drehmoment hat den Wert I mal A mal B mal Sinus Omega T, wie ich schon gezeigt habe und das Drehmoment wirkt so urzeigersinnig oder im Sinne eines Vektors nach vorne auf diese Leiterschleife ein. Damit die Leiterschleife nicht immer schneller rotiert, muss ein bremsendes Drehmoment einwirken von außen, also mechanisch, nämlich entgegengesetzt gleich groß und die Leistung dieses Drehmomentes ist M mal Omega oder wenn man für M diesen Wert einsetzt, bekommt man Gleichheit mit der elektrischen Leistung. Das ist aber eine Energieabfuhr. Das heisst, die Energie wird zusammen mit dem Strom zugeführt und die Energie wird dann zusammen mit dem Drehmoment oder mit dem Drehimpulsstrom abgeführt. Soweit, so gut. Dann habe ich mir aber überlegt, dass ja der Strom selber ein Magnetfeld erzeugt. Das beeinflusst den Fluss, den magnetischen Fluss und somit auch die Flussänderungsrate. Das verfälscht dann die Spannung. Über Vorzeichen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das heisst, die elektrische Leistung wird verändert, aber auf der mechanischen Seite hat das keinen Einfluss, weil das Drehmoment nur von der Stärke des äusseren Magnetfeldes abhängt und nicht von der Stärke des Magnetfeldes, das durch den Strom aufgebaut wird. Da gab es einen Widerspruch. Nun, die Lösung ist die, dass der Effekt, nämlich die Flussänderung durch den Strom selber, dann eben das mechanische System nicht beeinflusst, sondern mit Selbstinduktion zu tun hat und dann auf den Begriff der Induktivität führt. Und das wird das Thema sein in meinem nächsten Video. Aber ich denke, es lohnt sich darüber nachzudenken, weil ein Elektromotor hat natürlich immer auch eine bestimmte Induktivität. Jetzt gehen wir rüber zum Generator. Ich nehme noch einmal die gleiche Leiterschleife. Sie dreht auch immer noch gleich und wir haben jetzt hier das Induktionsgesetz. Aus dem heraus folgt dann eben diese Spannungsformel, wie vorher gezeigt. Und diese induzierte Spannung beruht auf einem induzierten E-Feld, das so wirbelförmig sich ausbildet. Und dieses E-Feld führt dann zu Influenz. Das heisst, es sammelt sich hier positive Ladung an und hier fehlt dann entsprechend die Ladung. Und wir haben dann hier das E-Feld zwischen diesen beiden Teilen, das man als Spannung oder über die Spannung direkt messen kann. Nun schliessen wir diesen Schalter und dem Moment treibt diese Spannung einen Strom durch den Widerstand. Das heisst, das wird jetzt wirklich zu einem Generator. Und wir können die Leistung rechnen, U mal I. Oder I ist ja U durch R, also haben wir U² durch R. Wenn wir jetzt für U diesen Wert einsetzen, das Vorzeichen fällt E weg, dann haben wir hier diese Leistung. Das heisst, die Leistung geht quadratisch mit Omega und die Leistung geht mit Sinus Omega T im Quadrat. Das heisst, die Leistung ist immer positiv. Das heisst, wenn wir hier einfach drehen, dann wird hier Energie schubweise diszipliert. So mit Sinus im Quadrat von Omega T. Der umlaufende Strom erzeugt jetzt ein magnetisches Dipolmoment. Oder dem umlaufenden Strom kann man ein magnetisches Dipolmoment zuordnen, nämlich nach der rechten Handregel. Das Dipolmoment ist ein Vektor und der Betrag davon ist Fläche A. Also dieser Vektor mal Stärke von I. Und dieses Dipolmoment ist dann kompakt gesprochen verantwortlich für ein mechanisches Drehmoment. Das Drehmoment ist Dipolmoment Kreuz B. Dann kann man das auswerten. Dipolmoment Kreuz B. Das gibt ein magnetisches Drehmoment auf die Schleife nach hinten. Also gerade umgekehrt wie vorher. Der Strom fließt ja auch in die umgekehrte Richtung. Dann müssen wir mit einem Drehmoment nach vorne dafür sorgen, dass die Schleife im Gleichgewicht bleibt. Und dieses Drehmoment, das wir dann anlegen müssen, das hat eine positive Leistung. Und zwar M mal Omega. Wobei M ist gleich I mal A mal B mal Sinus Omega T. Das können wir hier einsetzen. Und dann haben wir den gleichen Wert wieder oben. Und wenn wir natürlich dann I noch ersetzen durch U und R und U von hier übernehmen, haben wir wirklich die identische Leistungsformel. Ich habe jetzt die Kausalität ein bisschen umgedreht. Eigentlich hat man die Situation mit Widerstand und man dreht hier. Das heisst, dieses Drehmoment ist eigentlich primär verantwortlich, dass die Maschine läuft. Dann haben wir einen Energiezufluss über das Drehmoment oder eben zusammen mit dem Drehimpulststrom. Und wir haben dann einen Energieabfluss über diese Leitung zum Widerstand, wo dann die Energie diszipliert wird. So weit, so gut. Aber jetzt hat dieser Strom, der induziert wird, ja auch ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld ändert den Fluss und auch die Änderungsrate des Flusses. Das heisst, die Spannung wird jetzt echt verändert. Das heisst, die Stromstärke wird durch den Strom selber wieder indirekt verändert. Und das hat jetzt eine Rückkopplung auch auf die mechanische Leistung. Denn in diesem Fall ist ja nicht der Strom konstant, sondern der Strom ist ja Folge der Spannung. Und die Spannung ist dann ja eine Folge auch der korrigierten Flussänderung. Also in diesem Beispiel kann man den Effekt natürlich direkt erklären, nämlich der Effekt, dass der induzierte Strom dann eben der Flussänderung entgegenwirkt und somit zu verminderter Leistung führt gegenüber der Betrachtungsweise, wenn man eben das Magnetfeld des Stromes nicht berücksichtigt. Übrigens, dass der induzierte Strom der Flussänderung entgegenwirkt, nennt man da ländische Regel. Das habe ich auch schon behandelt.